Okay, wenn wir das Foto und das Diadem zurückhaben, versuchen wir Rex, die Laterne aus der Hand zu schlagen und mit unseren Füßen kaputt zu treten. Wozu soll das sein? Vielleicht werden unsere Kräfte wieder befreit. Ist doch besser als gar nichts zu tun. Woher wissen wir, dass wir nicht in eine Falle getappt sind? Wer weiß sowas schon. Schön, dass ihr es einrichten konntet. Ich vermute, ihr seid machtlos. Wo ist Hannah? Sie liegt auf der Lauer. Das kann sie am besten. Die Laterne, wenn ich bitten darf. Also irgendwie fühlt sich das recht merkwürdig an. Das ging zu einfach. Ich denke, diese Geschichte braucht ein Ende, das etwas aufregender ist. Nein. Worauf wartest du, Hannah? Ich verstehe nicht. Wieso haben wir unsere Kräfte wieder? Ich weiß auch nicht. Das ist doch egal. Nichts wie weg hier. Was habt ihr nur getan? Was habt ihr nur getan? Das war doch nicht meine Schuld. Er hat versagt, nicht ich. Nein, bitte nicht. Was zum Teufel war das? Ich denke, in deiner Frage steckt die Antwort. Los, raus hier. Wir müssen uns beeilen. Ich muss schnell wieder zurück ins Gefängnis.